Ich bin Ashton Edison für Investmentpitch Media. Renfort Resources meldet weitere Ergebnisse seines Bohrprogramms 2020 auf seiner Goldlagerstätte Parbeck in Québec, darunter ein und 20,45 Meter mit einem Gehalt von 5,57 Gt Gold, darunter 6,27 Gt Gold auf 16,7 Metern. Renfort besitzt die im Tagebau erschlossene Goldlagerstätte Parbeck in Malatik-Québec, die an die kanadische Malatik-Mine angrenzt, mit 104.000 angezeigten Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,78 Gt Gold und 177.000 abgeleiteten Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,78 Gt Gold. Ein 15,000 Meter Bohrprogramm ist im Gange, um bestehende Bohrlöcher zu verdoppeln, aufzufüllen und zu unterschneiden, um das geologische Modell neu zu erstellen und die Ressourcenschätzung bei der Neuberechnung zu erhöhen. Das Unternehmen hat 40,95 Meter Bohrungen in 15 Löchern abgeschlossen, Proben wurden ausgewählt und zur Untersuchung eingereicht, die Ergebnisse für diese Bohrungen werden ebenfalls erwartet. Investoren können einen signifikanten Nachrichtenfluss erwarten, da noch 20 Bohrlöcher aus dem 2020er Programm auf ihre Ergebnisse warten. Der Umriss des Wittletagebaus für die Ressourcenschätzung vom Mai 2020 ist blau. Bohrlochpaar 20,112 Durchschnitt den 21,05 Meter und 40 langen mineralierten Abschnitt mit einem Gehalt von 5,57 Gt Gold innerhalb und unterhalb der konzeptionellen Grubenwand. Dieser Abschnitt wird als die neigungsabwärts gerichtete Erweiterung des mineralierten Abschnitts in Paar 89 bis 50 interpretiert, sowie als Überschneidung des Endes des 9,6 Meter langen mineralierten Abschnitts in Paar 20,100, der nördlich gebohrt wurde und einen durchschnittlichen Gehalt von 0,59 Gt Gold über diese Länge ergab. Sowohl Paar 20,110 als auch 111 zeigen vertikale Kontinuität sowohl außerhalb als auch innerhalb des Mai 2020 Tagebaus. Der Abschnitt von 9,5 M mit 0,72 Gt Gold in Paar 20,110 unterschneidet den Abschnitt von 7,3 M mit 1,51 Gt Gold in Paar 20,111 und schließt an diesen an. Die tieferen Abschnitte innerhalb jedes Bohrlochs treten in der Nähe des Kontakts mit den Vulkaniten im Norden auf, die das Ende der mineralierten Hülle innerhalb des Cadillac-Bruchs markieren. Zusätzliche Mineralisierung ist sowohl in Paar 20,110 als auch in 111 weiter oben im Bohrloch vorhanden. Paar 20,113 zeigt eine Verdoppelung der Mineralisierung im Vergleich zu Paar 93 bis 55 in unmittelbarer Nähe. Auch hier werden sich die Untersuchungswerte in Paar 20,113 bei der zukünftigen Neuberechnung der Ressourcenschätzung positiv auswirken, da die Untersuchungswerte der Bohrung aus dem Jahr 1993 bei der aktuellen Berechnung der Ressourcenschätzung im Mai 2020 nicht verwendet wurden. Paar 20,113 bietet auch eine vertikale Kontinuität im Vergleich zum tieferen Bohrloch Paar 17,67, das einen mineralierten Abschnitt von 26,5 Metern mit 0,65 Gramm pro Tonne Gold gegen Ende dieses Lochs ergab. Nicole Bruster, Präsident und CEO, erklärte, ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen, wie wir den Aktionären von unseren Bohrungen 2020 bei Paarbeck berichten. Wir generieren weiterhin positive, zuwachsende Daten, manchmal mit bemerkenswerten Abständen und im Fall von Paar 20,112 in der heutigen Pressemitteilung mit bemerkenswertem Gehalt von unserer flachen, offenen Goldlagerstätte auf dem Cadillac Brick, neben Kanadas größter Goldmine, SDR Assen zugelassen in einer exzellenten Gerichtsbarkeit. Wir bohren derzeit auf Paarbeck und freuen uns darauf, in der nächsten Zeit über die Ergebnisse dieses Programms zu berichten, dass, wenn es abgeschlossen ist, insgesamt etwa 15.000m an neuen Bohrungen und Daten umfassen wird und damit unsere bisherigen Bohrungen auf Paarbeck von knapp 8500m übertrifft, was durch unsere hervorragende finanzielle Lage ermöglicht wurde. Wir freuen uns auf eine Neuberechnung der Ressourcen bei Paarbeck in naher Zukunft und darauf, ein viel klareres Bild über das Potenzial und den Wert dieses Assets zu bekommen. Renfort hat außerdem einen nickellastigen, mit einem Kupfer-Zink-VMS-übereinstimmenden Ultramafik entdeckt, der sich über etwa 5 Kilometer des Streichens im westlichen Ende der 20 Kilometer langen zentralen Anomalie auf Renforts 215 Quadratkilometer großem Grundstück Surimow erstreckt. Dieses Prospektionsgebiet wurde an der Oberfläche entdeckt und war Gegenstand eines sehr kurzen, flachen Bohrprogramms. Ein robusteres Bohrprogramm ist für das Frühjahr 2021 geplant. Renfort besitzt das Grundstück Malatik West mit Kupfer und Silber. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, die Schöpfungen auf seinem Goldgrundstück Nixon-Battlemen in Ontario fortzusetzen, das zuletzt im Jahr 2014 besucht wurde, als Renfort in einem Kanal 22,1 Gramm pro Tonne Gold auf 0,3 Metern beprobte und damit die Länge der Goldmineralisierung an der Oberfläche auf über 500 Meter erweiterte. Renfort ist gut finanziert und verfügt über ca. 6,3 Millionen Dollar an Bargeld und Wertpapieren. Die Aktien werden zu 7 Cent gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens www.renfortresources.com, kontaktieren Sie Nicole Bruster, Präsidentin und CEO, unter 416 bis 818 bis 1393 oder per E-Mail nicole-at-renfortresources.com. Ich bin Ashton Edison für Investmentpitch Media.